Ja, wir haben ja, wie gesagt, sehr, sehr viele neue Kunden jetzt hier bei uns bei CapTrader und Mario, da würde ich dich gerne mal fragen, hast du irgendwie fünf Tipps, die du den Kunden sagen würdest? Ja, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Also was sicherlich ganz wichtig ist am Anfang, ist erst einmal sich mit der Software auseinanderzusetzen. Das heißt, ich würde hier erstmal einen Demo-Account aufmachen, um dann erstmal ein bisschen auszuprobieren, wie geht es kaufen, wie geht es verkaufen, wie kann ich einen Stopp einsetzen? Damit das nicht mit echtem Geld passiert und dass man dann sofort den ersten Fehltrade hat. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man auch eine Strategie hat, die man umsetzen möchte und am besten eine, die man auch duplizieren kann. Das heißt, dass immer wieder der gleiche Ansatz da ist, mit dem man dann entsprechend agieren kann. Ansonsten über die Positionsgröße würde ich mir auch Gedanken machen, denn wie viel Risiko kann man wirklich aushalten? Das ist etwas, was auch immer in den Seminaren auffällt, dass viele sagen, ja, so 100 Euro, das ist vollkommen okay. Wenn man aber vielleicht drei, vier Mal hintereinander verloren hat, dann fühlt sich das für die meisten dann doch nicht mehr ganz gut an. Deswegen auch sich vorher Gedanken darüber machen, was bin ich denn bereit, tatsächlich zu investieren? Irgendwie groß dürfte so das Risiko sein, dass ich das auch durchhalte, weil was viele wirklich verkennen ist, so dieser psychologische Aspekt, der kommt. Sowohl beim Gewinnen als auch beim Verlieren, denn das unterschätzen tatsächlich viele, dass man auch, wenn man im Gewinnmodus ist, dass man vielleicht dazu neigt, viel zu viele Trades zu machen. Was für euch als Broker vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber für den Teilnehmer selber, für den Kunden selber kann das zu einem Problem werden, wenn man in so eine Spielermentalität kommt. Ich glaube, das sind schon mal drei Dinge. Wenn man die berücksichtigt, dann ist man schon eine ganze Ecke weiter. Also würdest du sagen, bevor ich in den Trade einsteige, sollte ich mir erstmal überlegen, wie viel möchte ich mit dem Trade maximal verlieren? Ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man, bevor man einsteigt, genau weiß, wo will ich denn überhaupt einsteigen, was ist der Grund dafür, dass ich diesen Trade machen möchte, wie ist das maximale Risiko, dass ich genau weiß, okay, wenn ich da angekommen bin, dann ist da auch mein Stopp, ich steige aus und nicht in diese Hoffnung zu verfallen, dass es dann schon wieder nach oben geht. Weil viele haben ja Angst, dass sie genau an der Stopp-Marke der Markt wieder dreht und nach oben läuft und das würde ich halt vermeiden. Einfach den Stopp reinsetzen und dann wirklich entspannt auch sagen, wenn ich rausgeflogen bin, dann ist das so, weil machen wir uns nichts vor. Bei einem Trader wird es fast immer so sein, dass jeder zweite Trade ein Gewinn-Trade ist, das aber auch nichts anderes heißt, als dass jeder zweite Trade auch ein Verlust-Trade ist. Wie machst du das in der Praxis? Ich sage mal, dieses Risiko bezeichnet man ja auch als ein R. Ist das für dich eine fixe Summe, also sage ich mal 100 Euro pro Trade oder sagst du, ich mache das prozentual bezogen? Auf dem Kontostand 1% oder ein halbes Prozent oder wie würdest du da vorgehen? Also ich habe das tatsächlich die ersten zehn Jahre prozentual gemacht, weil ich da auch noch in der Phase war, als ich mein Konto aufgebaut habe, denn ich habe ja vor 25 Jahren mit 5000 Mark damals angefangen. Wenn die Konten natürlich größer werden, dann würde ich auch sagen, dass eine fixe Summe ganz gut ist. Das mache ich heute auch, dass ich eine feste Summe habe, die ich in jeden Trade investiere. Ich unterscheide da eigentlich nur, ob ich Aktien handele oder ob ich mal den Future handele, weil dann habe ich ja den gesamten Markt und da ist mein Risiko dann auch schon mal größer. Aber im Großen ist es immer ein fixer Punkt. Der Vorteil bei einer prozentualen Herangehensweise ist ja, der Kontostand kann nie auf Null gehen. Genau, das ist der große Vorteil und vor allen Dingen in guten Marktphasen, so wie in den letzten Wochen, wo die Märkte ja wirklich kontinuierlich nach oben gelaufen sind und es fast unmöglich war, Verluste zu machen, zumindest auf Wochen- oder Monatssicht, ist halt, dass das Konto steigt und durch diesen prozentualen Anteil natürlich auch die Positionsgrößen immer größer werden und wir diesen Effekt nach oben natürlich auch bekommen, dass wir wirklich super davon profitieren können. Okay, Mario. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend, immer dich hier zu haben, dich zu interviewen und ich denke auch für die Börsenneulinge sehr, sehr spannend, einfach mal die Tipps vom Profi hier hautnah mitzuerleben. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.